Am 20. März 2015 habe ich von 10.20 Uhr an für ungefähr 30 Minuten die partielle Sonnenfinsternis vom Skaterplatz aus am Jus gefilmt. Ich habe dafür ein Fischei verwendet, wie man erkennen kann, mit geschlossener Blende und konstanten Kamerawerten, damit man halt die Veränderungen gut erkennen kann und die Kamera da nicht irgendwas nachjustiert. Man hat hier also einen Einblick von dem Skaterplatz in Herzberg. Man sieht dann, wie es etwas dunkler wird und durch die geschlossene Blende sieht man halt Strahlen, die von der Sonne weggehen. Ich hoffe, dass man halt daran einige Veränderungen ablesen kann, die in dieser Zeit halt passiert sind. Mir persönlich ist bei dieser Aufnahme aufgefallen, dass die Temperaturen nach unten gegangen sind. Es ist also wirklich kalt geworden. Ich war froh, dass ich eine Jacke dabei hatte. Die ich dann angezogen habe und auch zugemacht habe, weil es wirklich frisch geworden ist. Ja, und das ist halt von dem optischen Eindruck her. Es war nicht so dunkel wie bei diesen Aufnahmen. Aber es ist dunkler geworden, grauer, schattig und ich fand es eigentlich eher jetzt nicht so toll. Ich habe schon mal eine Sonnenfinsternis in einem richtigen Kernschatten erlebt. Und das fand ich beeindruckender. Und die Auswirkungen auf die Umwelt waren auch sehr viel deutlicher. Also man hat es auch an der Tierwelt damals gemerkt, dass dann halt die Vögel komplett aufgehört haben, Geräusche zu machen. Also das war wirklich beeindruckender als diese partielle Sonnenfinsternis. Aber ich denke mal, weil ich von damals keine Filmaufnahmen habe, ist es ganz gut, wenn ich hier die Aufnahmen in Herzberg am Harz getätigt habe, damit man sich das nochmal in Ruhe angucken kann. Ist natürlich im Zeitraffer jetzt wieder gegeben. In Herzberg am Harz konnte ich übrigens selbst beobachten, dass die Menschen die Sonnenfinsternis eigentlich kaum wahrgenommen haben. Ich habe wenige Menschen gesehen, die das bewusst beobachtet haben. Die Leute sind eher ihrem normalen Tagwerk nachgegangen, haben halt wahrgenommen, dass es kurz ein bisschen schattig geworden ist und ein bisschen kühler geworden ist. Und danach kam aber auch schon die Sonne wieder heraus und es gibt und gab einen sonnigen Sommertag, könnte man jetzt für den März schon fast sagen. Wir haben also wirklich herrliches Wetter. Und das steht im krassen Gegensatz zu dem Hype, der im Internet stattgefunden hat, auch wegen der Panikmache, wegen der Solarenergie und ähnlichen Themen. Also ich denke, dass die Menschen das sehr viel ruhiger und relaxter sehen, als das vielleicht manche Leute, die da publizieren, gerne hätten. Naja, das war die Sonnenfinsternis.